Ron, komm zurück! Sein Traum von Atlantis ist doch nur ein Traum! Ihr werdet andere wundervolle Ferien verleten! Was würdest du von einem Ausflug von der Erde zur Heimatzeit dafür halten? Niemand hat das Recht, das Gesetz ungestraft zu verletzen, selbst ein Ronke nicht! Was für ein Gesetz! Du hast mir versprochen, dass ich mit ihm fliegen darf! Jemand muss ihm sagen, dass sie nach ihm fahren, muss ihn warnen! Wenn du es nicht tust, Papa... Zeitmaschine AI-2 startbereit! Letztes Check-up! Die Terminator... Ja! Beide Funktionen klar! Kontrolle des Assimilators des Mutanten-Raumanzugs! Kontrolle der Anpassungsfunktion! Sicherheitsgurte angelegt und gesichert! Gemeinsamen Gedankenkreis einschalten! Das grundlegende Gesetz der Reisen in der Zeit... Niemand aus der Zukunft hat das Recht, die Vergangenheit zu verändern, in sie einzugreifen! Es fehlen noch drei Worte, Ronny! Das verspreche ich! Aber wenn ich ihn warne, verletze ich doch nicht das Gesetz! Er selber war bei den ersten Reisen in die Vergangenheit dabei! Er selbst hat dieses Gesetz gefordert! Wir verlassen den Zeitraum-Delta-G! Welche Zielrichtung? Chateau Noir! Das ist das Codewort für den Kurs, A.L. Er muss bei dir programmiert sein! Wir sind bereits zweimal dort gewesen, A.L. Einmal war Vater dabei! Die Zeit ist Grafen Saint-Germain! Wir sind nicht allein! Vor uns fliegen drei Zeitmaschinen zum Chateau Noir! Soll ich Verbindung aufnehmen? Nein! Was sind das für Maschinen? Transportmaschinen für schwere Lasten! Der alte Typ AF-3! Wir sind also schneller! Nicht viel! Wir befinden uns über Europa im Jahre 2623! Von der Zeit des Chateau Noir trennen uns noch mehr als 1000 Jahre! Versuche sie zu überholen, aber so, dass wir uns nicht orten können! Wo ist die Osterinsel, A.L.? Osterinsel. Einst Isla de Pascua. Easter Island. Östlichste der polynesischen Inseln im stillen Ozean. Kleine vulkanische Insel mit einer Fläche von 118 Quadratkilometern. Die Eingeborenen nennt man Rapa Nui. Die Insel ist bekannt durch riesige Statuen einer bisher noch nicht enträtselten Kultur. Willst du sie dir ansehen? Dann müssten wir den Kurs ändern. Wo sind wir jetzt? Hey, das ist ja ein Weltraumgleiter! Das ist kein Weltraumgleiter. Es handelt sich um das Raumschiff Apollo. Das Jahr 1969. Der erste Start des Menschen zum Mond. Das hatten wir mal in der Schule. Neil Armstrong und Edwin Aldrin. Und jetzt? Was ist das? So sahen die Wälder im Jahre 1910 aus. Wenn wir landen würden, könnten wir unserer eigenen Expedition begegnen. Sie holt hier Samen für die Aufforstung von Satelliten. 18. Jahrhundert. Transportmaschinen AF3 fliegen zur Mineralheilwassergewinnung. Und das da? Was sind das für Brände? Ein historisch unwichtiger Krieg. Kannst du dir denn nicht eine Strecke aussuchen, wo kein Krieg stattfindet? Kriege haben immer stattgefunden. Auch in der Zeit des Grafen Saint-Germain. Chateau Noir. Wir landen planmäßig nach dem Code. Orientierungspunkte. Der alte Brunnen. Das Vordach für die Kutschen. Danke, AL2. Das Vordach für die Kutsche. Rikki, Tiki. Hier, ihr Burschen, seid aber gewachsen. Na, was ist? Schmecken euch die Bonbons aus der Zukunft immer noch nicht? Mir schon. Die hier sind gegen das Vergessen. Wo sind denn eure Herren? Brave Hunde. Aber gespielt wird erst später. Jetzt haben wir keine Zeit. Herr Doktor Bernal, würden Sie die beiden rufen? Rikki, Tiki, auf eurer Plätze. Tag, Ron. Also ist es doch wahr. Sie haben die Statuen gestohlen. Warum gleich so ein hartes Wort? Wir haben sie ausgeliehen, studiert und schaffen sie wieder zurück. Also, morgen früh werden Sie schon weg sein. Zurück zu den Osterinseln. Eigentlich sollte das eine Überraschung für dich sein. Die letzten Vorbereitungen für deine Ferienreise. Ja, aber inzwischen sind ein paar Zeitmaschinen auf dem Weg hierher. Die Akademie der Wissenschaften beschuldigt Sie, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Morgen wird es schon zu spät sein, Doktor Bernal. Wo ist mein Onkel? Sie sollen ihn nicht finden, jedenfalls jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Vor einer Stunde etwa ist er weggeflogen. Hat er keine Nachricht für mich hinterlassen? Keine Mitteilung? Vielleicht ist in der Bibliothek beim Schachbrett eine Nachricht, mein Herr. Sollten Sie Tee wünschen, brauchen Sie nur zu klingeln. Ich erlaube mir, Sie darauf hinzuweisen, dass ich in dieser Woche im Schloss Dienst habe. Die Dienstzeit des Grafen ist gestern Abend zu Ende gegangen. Macht Ihnen das immer noch Spaß, Ihr Spielchen, Diener und Herr? Was ist Wirklichkeit? Und was Spiel? Chateau Noir. Wir aus der Zukunft in der Vergangenheit? Wir aus der Vergangenheit. Woher geht's? Willkommen, Ron. Wir hatten unsere Partie nicht beendet. Mein Zug ist Springer E2, C3. Schach. Denk mal darüber nach, bis ich zurück bin. Wunderschöne Musik, was? Fontanenstraße Nummer 19. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber das ist doch weiter nichts. Mein Zug ist Springer E2, C3. Schach. Denk mal darüber nach, bis ich zurück bin. Ich bin Springer E2, C3. Schach. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er wäre verrückt, wenn er auf uns warten würde Kindischer Einfall, ihn irgendwo in irgendeiner Zeitdimension suchen zu wollen Sind wir jetzt im 16. Jahrhundert? In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Später dann, zu Beginn des 18. Jahrhunderts Tritt Dr. Graf als Graf Saint-Germain auf Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Dann gibt er sich als Graf einmal aus Zu Studienzwecken, versteht sich Nun, wie auch immer er sich nennen mag Ich bin der Meinung, dass die Ergebnisse seiner Studien Die er gemeinsam mit Dr. Bernhard veröffentlicht hat Er ist verrückt und wir werden ihn finden Seine Maschine haben wir auch gefunden Er darf nicht wegfliegen, bevor er uns verraten hat Wo er bei Übertretung des Gesetzes Die anderen Statuen versteckt hat Wir beschuldigen nicht Sie Aber Dr. Graf sollte wissen, dass die Akademie Das Projekt der Suche nach dem verschwundenen Atlantis Schon vor zehn Jahren aus dem Forschungsprogramm gestrichen hat Ein Traum, Science Fiction Aber auch wenn es keine Legenden oder Märchen darüber geben würde Was haben Sie eigentlich mit dieser idiotischen Entführung der Statuen bezweckt? Warum haben Sie die Statue nicht an Ort und Stelle untersucht, Dr. Bernhard? Es ist eine Insel Wir müssten mit einem Schiff hinfahren Und es würde auffallen, mit der Technik des 30. Jahrhunderts zu arbeiten Außerdem wollte Dr. Graf keine Zeit verlieren Schon gar nicht durch solche Umstände Warum mit einem Schiff? Wenn wir mit einer Zeitmaschine landen würden Würden uns die Eingeborenen als Götter betrachten Würde die Akademie das nicht als unerlaubten Eingriff in die Historie werten? Dass Sie von der ganzen Angelegenheit erfahren haben Bevor wir Gelegenheit hatten, die Statuen zurückzugeben Ist ein dummer Zufall Was uns interessiert ist, wo sich Dr. Graf jetzt befindet Sie sagen, er sei weggeflogen Aber nach unseren Informationen Befindet sich im Chateau Noir nur eine einzige Zeitmaschine Die Sie gemeinsam benutzten Die haben wir entdeckt Dr. Graf kann also nicht weit sein Auch wenn Sie versuchen sollten, ihn zu warnen Wir sind nicht in Eile Energiespeicher Entweichen von Quecksilbern Kontrolle Reparatur notwendig Auf Automaten umstellen Die Startvorbereitung einleiten Die Terminator Ja Assimilator des Mutanten Raumanzugs Ja Aktionsradius vier Jahrhunderte Ohne Ergänzung des Quecksilbervorrates Rückkehr in die Zukunft unmöglich Automaten abschalten Verbrauch zu hoch Ein Jahrhundert verzeihe ich dir Mehr nicht Ein Jahrhundert verzei ich dir So entstehen Märchen und Legenden Die Himmelfahrt des Grafen Saint-Germain Meinetwegen soll ihn der Teufel holen Aber was stehen wir hier herum Wir müssen ihm nach Berlin-Fontanstraße 19 Das kann doch kein Zufall sein Warum nicht? Im 20. Jahrhundert bin ich noch nie gewesen Das ist glaube ich die Zeit der Benzinbetriebenen Motoren Vor der Besiedlung des Mondes Nicht wahr? Tut mir leid Ich hätte wohl etwas mehr lernen sollen Umschalten auf Automaten Umschaltung auf Automaten durchgeführt Zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Umstellung der Energieerzeugung von Öl und Kohle auf Atomenergie Automatisierung der Industrie Schnelle Entwicklung auf dem Gebiet der Computertechnik und der Datenverarbeitung In der Mode wechselnde Stilrichtungen, denen sich die Käufer widerstandslos anpassen Im Gegensatz zu früher zeichnet sich die Mode durch große Freizügigkeit aus In den Bereichen der Kommunikation und der Unterhaltung nimmt das Medium Fernsehen eine führende Stellung ein In der Leichtathletik wird die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit erreicht Boxen gilt noch als Sport und Fußball entwickelt sich vom Spiel zum brutalen Kampf Die Maschine des Grafen Saint-Germain Ich glaube, seinen Titel können wir uns sparen Wir sind aus der Zeit der Adelstitel heraus Haben Sie Dr. Graf im Peilgerät? Wir überraschen ihn vermutlich Nach der Landung ist Vorsicht geboten Im 20. Jahrhundert sind Irrtümer leicht möglich Kinder sind Kinder Sie dürfen nichts entscheiden Im Auto müssen Sie hinten sitzen Nicht neben den Fahrern Tagsüber werden Sie von den Eltern in den Kindergarten oder in die Schule geschickt Was denn? Sie dürfen nicht einmal ein Flugzeug fliegen? Ron anschnallen Landung noch nicht programmiert Sicherheitsgurte gesichert Assimilator des Mutanten Raumanzugs Kontrolle Ron Ron Ich fürchte, dass wir das seinem Vater nur sehr schwer erklären können Ron wollte nur seinen Onkel besuchen Und wir beschädigen seine AL Was ist los? Was macht sie denn? Warum neigt sie sich so? Jetzt wendet sie Sie scheint abzusinken Ich glaube, dass sie eine Notlandung vorbereitet Wir befinden uns über Berlin Fontanenstraße Defekt im zweiten Schaltkreis 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 Kommt hier, Kinder. Wir haben die Kerzen angezündet. Ja, alles klar, wir kommen. Ich möchte ein Stück mit der Ananas haben. Darf ich schon die Kerzen auspusten, Mami? Erst wenn du geburtst, Herr Kass. Heute hat Marc Geburtstern. Achtung, alle zwölf auf einmal. Ja. Leute! Was hast du, Judy? Was ist denn los? Weißt du, was ich da hinten unter den Bäumen gesehen habe? Ja, ein großes silbernes Flugzeug und ein Silbernern. Ja, ja, und ein Prinzen auf einem weißen Pferd, die dir einen Kuss gibt, damit du aus deinem Traum aufwachst. Bring lieber das Tonbandgerät rein. Ich möchte lieber die Torte reintragen. Also gut, dann in die Torte. Danke, dass du mir hilfst. So ein Mist. Ist das nicht verrückt? Plötzlich so einen Platz regen, dass du mit dem Baumüller-Mädchen hier... Nein, das ist der nicht... Mit dem Baumüller-Mädchen ist der nicht gekommen. Sag mal, wie heißt der? Ron, quatsch nicht. Nein, der Jürgen ist nicht mit dem Mädchen von Baumüller-Mädchen. Ich weiß das ganz genau. Ich war nämlich mit denen die ganze Zeit zusammen. Und mit dem Peter ist er auch nicht gekommen. Der ist doch mit... Mit seinem Fahrrad hier. Warum, das wollen Sie verabschieden? Ja, ich komme. Trotzdem. Ich habe dich vorhin gesehen, als du kamst. Mir kannst du es ja sagen. Ich werde es auch bestimmt keinem verraten. Aber was soll ich dir sagen? Tu nicht so. Ich habe dich vorhin ganz genau gesehen, als aus dem anderen Garten gekommen bist, wussten ich. Glaub mir, in der Nacht sind dort niedliche Zwerge. Die laufen herum und machen Musik. Ja, mit einem kleinen Klavier. Was suchst du? Etwa so? Ja. Hör zu. Ich könnte dich irgendwann mitnehmen, wenn du keinem was sagst. Vielleicht brauchen die Zwerge ein neues Schneewittchen. Ja, aber dann müsste ich ein goldenes Schleckenklatran. Und alle Zwerge müssten auch nicht hören. Geh dich schnell wieder auf Wiedersehen. Bitte sehr. Das ist schade, ja. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Vorsichtig. Das ist schade. Das hat ja nur ein Sturm hier aus der Hand gerissen. Komm, bloß schnell rein. Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Zum Schade. Das ist schade. Oh, wasser? Musik Musik